Runde noch noch mal das gleiche Level ganz gut und weiter geht's mit Queen meine Damen und Herren ja stehen sie? Gibt es da eigentlich auch so eine Wiederbelebungskiste irgendwo? Stimmt irgendwo, aber hier nicht wahrscheinlich wieder auf dem Klo, oder? Oder erstmal draußen? Komm, woher ist das denn? Hm, schlau Na komm, wir lassen, sollen wir die Summers erstmal herholen Hey, du nicht Na, kommt näher Komm, putt, 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 putt Immerhin stellen sie erst mal ein Noch, ja Erstmal rankommen Ach, die sind schon hier Komm, komm, super Oh Oh Das war eigentlich jetzt Verschwendung Dann wäre ich auf dem Klo noch? Ja, ist ja gut Ja BAM Kopf auf Ach, die Granaten benutze ich gar nicht Oh, hier sind wir gar nicht im ganzen Kutgang los, reparier Hier Wäre nicht Ja, nicht Ja Wie lange können wir uns hier eigentlich schon verschanzt sind, so lange wie es geht, oder? Ja, aber irgendwann werden die Waffen zu schlecht Die haben die einfach nicht mehr Achso, ja Ja, noch nicht, komm Warte Ja, du Valkürse Hopp, hopp Oh, ich dachte, ich kriege Ich bin jetzt ganz schnell technologies Ich bin schапelt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Die Lava ist da? Ey, die hat keine Beine mehr. Ich würde nur noch mal Geld verlieben. Ich würde sagen, eine Runde noch und dann können wir so langsam rausgehen. Ah, wieder heiß. Heiß, 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 heiß. Ja. Wahrscheinlich Klo, ne? Ich brauche schon zwei Schüsse, das ist echt. Oh oh, verdammt. Kann nicht messern. Ah, sagt doch Bescheid. Schärf Granaten. Klo, 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 Klo. Wow. Voll den Schuss wahrscheinlich. Ah. Doch. Oh fuck. Frauen und Kinder zuerst. Lass uns jetzt noch zusammenbauen und dann schnell rausgehen. Ja. Ich hab verbariert und den noch erschossen. Oh, der Affe, der ist geil. Ich opfer mal hier die Ender-Sniper. Was haben wir denn? Mal dich, ich wollte auch nicht aufhören. Komm schon. Oh, die ist geil. Nimm die. Die töte mit einem Schuss. Schützt mich kurz. Wo ist sie? Hier an die Kiste. Irgendein Sniper jetzt. Ja, hier ist noch was. Ah, hier. Operieren. Oh, ne jetzt hinter dir. Boah. Was für ein Putzellägen. Die ist echt geil, die Raygun. Was haben wir denn hier hinten? Ne, aufhören wir noch nicht. Boah, Nils. Wo bist du? Sniper und Shotgun sind nicht so die beste Combo. Nein. Geh weg. Ich brauche doch mal nach unten. Ah, ich hab's. Was ist das denn? Ich bin ein Drahtwissen-Laber. Willst du auch mal ne Waffe? Noch, noch einer. Ich hab noch genügend Muni. Ich bleib bei dir erstmal. Ja, nur dass du ne Backup-Waffe hast halt. Ah ja, gut. Die Olympia. Komm schon, irgendwas Gutes. Weil's halt irgendwie dir nachladen ist oder so. Ah, komm. Ja, ist okay. Ja, dann lass uns hier so in dem Bereich was schanzen hier. Ja. Pass auf, aber hinter dir ist Lava. Ja. Muss ja auch fassen. Ah, hier. Ah, nein, nein, nein. Feuer. Nein. Du hast die Raygun. Und Insta-Kill. Schütz mich. Rechts, 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 rechts. Komm, ich kann nicht nach rechts drehen. Komm, wir bleiben jetzt hier hinten. Vielleicht halt mir lieber nach. Super gut. Da ist was. Maximale Munition. Schau. Hinter dir. Wir haben nicht mehr Insta-Kill. Ich weiß, Crane darf man nicht mitdacken, aber. Ne. Reinig so. Boah. Oh Mann, eine andere Waffe als die Sniper. Ich repariere lieber nochmal in der Zeit. Nein, ich habe den Affen weggetan. Oh mein Gott. Schau, sie kommen. Nichts mehr reparieren, lass uns wieder verschanzen hier. Ja. Können wir hier irgendwas aktivieren? Ne. Ah, sie kommen jetzt da, wo ich repariert habe. Zum Glück. Ist ja nicht durch den Zaun, verdammt. Ne, sie können bei dir von allen Seiten kommen. Na gut, du bist wieder hier. Ich wollte eigentlich von jedem mal vorbeizubekommen. Ich wollte eigentlich von jedem mal vorbeizubekommen. Mit dem Haus in die Bank. Der ist da. Oh ne, jetzt muss ich die andere Seite am Flicken. Ach, Sonne Scheiße. da kannst du aber nicht schießen ja die dinge sind wieder zugegangen ich bin immer noch mit den waffen sehr zufrieden ich bin überhaupt gar nicht zufrieden also mit der typ schon aber ich hab den granatwerfer jetzt jetzt kommen wir lieber ich bin durchgebrochen nein wir sind recht so schlecht kommen wir sind immer zu zweit wir dürfen das diese strahlen kann und die hat es in sich die menschen sich gegenseitig jetzt nieder jawohl zumal der super kd oder nicht so gut macht gut leute wir sind raus bis so so